Mein Name ist wie immer zu kurz. Hey Leute, hier ist Anzu. Wir sind heute bei der Dedeco Fototour und zwar sind wir heute im großen Garten. Und ja, ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal, was hier so abgeht. Und ich habe eben schon mit dem Chris ein paar Videoaufnahmen gemacht für sein Video. Und ich zeige euch einfach mal, was wir hier so machen. Heute ist ein bisschen regnerisch, das heißt, wir haben ein bisschen schlechtes Wetter. Ich hoffe, dass trotzdem ein paar gute Fotos oder Videos dabei rauskommen. Und viel Spaß! Der will in deinem Blog-Vorkommen hat er gerade geschrieben. Ja, Chris ist schon mal dabei gewesen. Boah, das riecht noch nicht. Möchtest du? Ja. Verdammt. Ich stecke eine Scheidung. Ah, Regen. Regen. Regen! Wir sind eigentlich voll scheiße, dass es regnet. Ich sehe nicht wirklich, was ich filme. Ich bin drauf. Ich bin zu lange drauf. Ich starte, dann fülle mich weiter hoch. Gummibärchen, Gummibärchen. Kammerbos. Kammerbos. Brauchst du wieder für deinen Kopf? Ja. Kammerbos. Tifona und Herr Berg. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe heute auch wieder geilstes Deutsch drauf. Und hier gibt es einen Mülleimer, der aber auch schon gestorben ist. Wir sind jetzt an der letzten Station angekommen und ich habe selbst noch gar nicht so viele Fotos heute von mir machen lassen. Aber ich dachte, ich filme jetzt einfach mal die anderen Leute so bei ihrer Arbeit, weil irgendwie habe ich sonst noch nicht so viel heute gefilmt. Aber ich habe Sushi gegessen. Habt ihr meinen Sushi gesehen? Ich liebe meinen Sushi, es war so lecker. Und jetzt beobachten wir die anderen Leute. Ich versuche gerade andere Leute bei ihrer Arbeit zu filmen. Ich wollte mich eigentlich verabschieden. Immer diese YouTuber hier. So, ich musste gerade Leute verabschieden und jetzt müssen wir einfach mal Leute bei ihrer Arbeit füllen. Die klettern hier alle voll in den Bäumen rum und so. Ich habe jetzt eben auch noch selber ein paar Fotos machen lassen. Ich suche jetzt noch einen anderen Fotografen, mit dem ich auch noch ein paar Fotos machen werde. Und dann gehe ich auch bald nach Hause, weil es regnet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es regnet. Und ja, es ist kalt. Ich bin nach Hause. Ich will den Bad nehmen. Die Locations hier sind voll schön. Noch mehr Leute bei der Arbeit filmen. Was haben wir eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Also wir sind hier von Station zu Station rumgelaufen. Und an jeder Station konnte halt jeder dann irgendwie so Fotos mit einem Fotografen machen. Und entweder haben sich Cosplayer einen Fotografen geschnappt oder Fotografen halt Cosplayer. Jeder hat ein bisschen was zu essen dabei gehabt. Und wir haben ein bisschen Picknick auch gemacht. Es war heute im Regen, aber... Nein! Meine Haare ist echt ein bisschen verkackt heute, aber es liegt auch ein bisschen am Regen. Ich habe euch ja vorhin schon von meinem Sushi ein bisschen was vorgeschwärmt. Und ich habe hier noch eine Bento Box. Und ich werde mich jetzt irgendwo hinsetzen und das essen. Nur weiß ich nicht genau wo. Ich werde gerade mit einem Messer bedroht. Nein! 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 Oh mein Gott! Kamera Inception! Aber hier ist es voll ohne Regen und so. Hier kann ich mich hinsetzen und mein Sushi essen. Hier haben wir meine Bento Box. Oh nein! Meine Sojasauce ist in der anderen Bento Box, die ich schon leer gemacht habe. Okay, da muss ich jetzt ohne Sojasauce Sushi essen. Ich muss erstmal mit einer Hand versuchen, das hier aufzubekommen. Ich muss erstmal kurz meinen Sushi zeigen. Mein Sushi! Mein Sushi! Sushi! Und das Beste ist noch mehr Sushi! Ich kann das nicht, wenn mir wer zuguckt. Ja, also ich habe jetzt noch ein paar Bilder mit zwei, drei verschiedenen Fotografen gemacht. Und bin dann mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe eben sogar in einem Baum gesessen und ein paar Bilder gemacht. Also ich hoffe, dass ich da ja ein, zwei coole Bilder von kriege. Und ja, es ist jetzt, glaube ich, irgendwas gegen 18 Uhr oder so. Und ich gehe jetzt nach Hause und lege mich dann in meine heiße Badewanne, weil durch den Regen bin ich doch schon etwas durchgefroren. Die Fototour ist eigentlich auch immer ein cooles Event, wo ich gerne hingehe, weil man da einfach ganz viele verschiedene Cosplayer sieht und ganz viele verschiedene Fotografen treffen kann und es halt einfach immer coole Locations gibt. Und ja, also kann ich echt nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn man da irgendwie in der Nähe wohnt oder dafür auch mal extra von ein bisschen weiter her kommt oder so. Tja, und ansonsten war es das für heute. Ich werde, glaube ich, zu Hause nicht nochmal jetzt irgendwas vloggen, weil ich einfach nur nach Hause gehe und dann... Glotz nicht so, sonst kommst du mit ins Ende rein. Ja genau, wie gesagt, ansonsten tschüss.